Jedes Jahr sterben hunderte Menschen an einer Kunststoffmonoxidvergiftung, obwohl heutzutage fast jeder Haushalt über einen Rauch- bzw. Kunststoffmonoxidmelder verfügt. Der Grund, entweder war gar kein CO-Warner vorhanden oder aber auch er funktionierte zu diesem Zeitpunkt nicht richtig. Deswegen ist es umso wichtiger, an dem Kunststoffmonoxidmelder regelmäßig einen Funktionstest durchzuführen. Wie dies funktioniert und was du dafür benötigst, zeige ich dir in diesem Video. Falls du noch nicht abonnent dieses Kanal sein solltest, empfehle ich dir jetzt diesen kostenlos zu abonnieren. Auf geht's! Kohlenstoffmonoxid ist ein Geruchs- und geschmackloses Gas, welches im Grunde bei jeder unvollständigen Verbrennung entsteht. Das Problem, unser Kohlenstoffmonoxid dockt nach dem Einatmen an die Hämoglobin-Moleküle im Körper an. Diese wiederum sind dafür zuständig, dass der eigentlich benötigte Sauerstoff durch den Blutkreislauf zu den einzelnen Organen transportiert werden kann. Ergo, wenn die Hämoglobin-Moleküle durch das CO keinen Sauerstoff mehr transportieren können, haben die Organe nicht mehr genug von dem dringend benötigten Sauerstoff für die Stoffwechselreaktion zur Verfügung. Nach wenigen Minuten setzt bereits die Vergiftung anhand von Bewusstlosigkeit bzw. kann es nach einer hohen Konzentration zu tödlichen Folgen kommen. Um dies zu verhindern, ist die richtige Positionierung und Wartung des CO-Melders umso wichtiger. Unter dem Video selbst findest du dazu noch einmal ein paar gute Empfehlungen. Prinzipiell kann man den Kohlenstoffmonoxid-Melder sowohl an der Wand als auch an der Decke montieren. In meinem Fall habe ich mich hierfür für die Montage an der Wand entschieden. Dabei sollte der Melder mit einem Abstand von ungefähr 1,50 m bis zu 2 m vom Boden aus angebracht werden, da Kohlenstoffmonoxid leichter ist als Luft und damit nach oben steigt. Auch ein ungefährer Abstand von ca. 1,50 m zum Kamin bzw. zu dem Kohlenstoffmonoxid ausgehenden Objekt sollte eingehalten werden. Logischerweise ist ein Verdecken des Melders durch z.B. einen Vorhang oder Ähnlichem genauso kontraproduktiv. Um einiges wichtiger ist jedoch nicht die Montage, sondern der regelmäßig durchzuführende Funktionstest. Prinzipiell kann durch ein langes Gedrücktheit in der Testtaste der Melder sofort geprüft werden. Dies funktioniert jedoch rein elektrisch, wobei wir mit der anschließenden Methode den Melder mit echtem Kohlenstoffmonoxid prüfen werden. Dafür benötigen wir lediglich einen luftdichten Behälter, im Optimalfall transparent, damit man den Vorgang bestmöglich beobachten kann, einen feuerfesten Untersatz und zuletzt eine Räucherkerze. Alles platzieren wir nun in dem Behälter, zünden die Räucherkerze an und schließen die Box wieder. Nach und nach füllt diese sich nun mit dem entstandenen Kohlenstoffmonoxid und der Melder dürfte bereits nach kurzer Zeit einen Wert auf dem Display ausgeben. Sobald der vom Werk aus eingerichtete Grenzwert für einen gewissen Zeitraum überschritten wurde, beginnt der Melder im Idealfall damit einen Piepton abzugeben. Damit ist der Funktionstest mit richtigem Kohlenstoffmonoxid geglückt und wir können sicher sein, dass der CO-Melder einwandfrei funktioniert. Wie gesagt, schau noch einmal in die Videobeschreibung, hier findest du etliche Angebote und Empfehlungen. Okay, dann würde ich sagen, falls dir das Video gefallen hat, lass wie immer gern ein Like und ein Abo da, um meine Arbeit zu unterstützen. Vielen Dank, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss! bildet an zodiac Vielen Dank.